Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein wichtiges Erbstück anzunehmen bei Koch Torka in Dovo Tav an dieser Stelle. Vor Quest war der Segen der Warnen und bei dieser Quest somit die Grundlagen des Kochens lernen und Koch Torkas Kochbuch besorgen. Ich schätze mal, wenn ihr schon Kochen habt, müsst ihr das nicht mehr machen. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten, wie es ist. Ich habe auf jeden Fall noch kein Kochen mit diesem Faktor. Kochen gelernt. Kochkunst. Altes Kochbuch eingesammelt. Wie es aussieht, ist es in diesem Gebäude. Wir schauen mal. Müsste in diesem Gebäude sein. Mal hineinfliegen. Ja, du suchst dort. Wo suche ich? Da hinten. Das sieht gut aus. Also hier ist das altes Kochbuch. Oh, ihr habt es? Gute Arbeit. So, Quest ist abzugeben bei Koch Torka in Dovo Tav an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020